Mittwoch, der 1. Juli 2020. Es ist 18.25 Uhr. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück mit Chris Fleischauer. Schönen guten Abend und willkommen zur ersten Lotto-Ziehung im Monat Juli. Das erste Halbjahr ist damit schon wieder vorbei. Jetzt geht es mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Aber natürlich genießen wir vorher noch die schönen Sommermonate und vielleicht kann ich Ihnen die Zeit bis Weihnachten ja noch mit dem ein oder anderen Lotto-Gewinn versüßen. Unsere Zierungsgeräte und Kugeln, die sind in jedem Fall schon mal bereit und ordnungsgemäß überprüft. Jetzt geht es los. Ich drücke die Daumen. Ihnen allen viel Glück. Ja, Sie sehen es. Jetzt sind wir. Der Jackpot geht weg. Ein Spieler aus Freien hat sich in der Kapp geteilt. Es ist nur ein einziger Spieler im Match-Themen, die passen in der Kapp geteilt. Und der Schein geht in den Kapp zu knapp 17,7 Millionen Euro. Und diese erste Lotto-Zahlenzeitung ist. Mit der 38. Gemäldet hat sich der Glückspilz allerdings bisher noch nicht. Denn Sie haben vielleicht einen mittelfrückten Lotto-Gespiel. Und dann sollten Sie gleich nochmal Ihren Lotto-Shank kontrollieren. Vielleicht sind Sie ja der große Million-Gewinner von 17,7 Millionen Euro. Die nächste Lotto-Zahlen ist die 32. Und wenn Sie heute trotzdem beim Stiege-Siege-Siege-Titel jetzt sagen, dann werden wir im besten Fall etwas mehr als 5 Millionen Euro. Nachdem Sie ja bei uns im Jackpot zu viel zu holen. Und heute haben Sie ja vielleicht doch die Chance, mehr Fahrer und mehr zu machen. Die nächste Lotto-Zahlen, die 36. Abonnierspiele 77. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die große Sommer-Sonderauslose mit Gehör insgesamt von mehr als 4,6 Millionen Euro. Das ist also die Turen. Eigentlich nicht viel. Sie müssen lediglich nichts tun. Die nächste Lotto-Zahlen, die 2. Alle Scheine, die wir neben dem Verbrauchten über 5,5 Millionen Euro haben, die Spül-77 Teil nehmen, die gehen dann automatisch für die Sonderauslose mit rein. Also ganz wichtig für die Krippung aufheben. Auch wenn vielleicht kein Gewinner auf den Schein ist, dann gibt es vielleicht nachträglich noch was. Die 44, die vorletzte. Wir haben unter allen Teilen zusätzlich 77.000 Euro. Die letzte Lotto-Zahlen, die 39. Also heute haben wir es in den 30ern richtig krachen lassen. Mit diesen sechs richtigen vom heutigen Mittwoch. Und mit denen geht es jetzt natürlich in die nächste Runde. Es folgt die Ziehung der Super-Zahlen. Ich drücke nochmals die Daumen. Viel Glück. Ja, wie gesagt, Jackpot geknackt auf der ganzen Samstag. Heißt, heute geht es von vorne los. Rund 1 Million Euro, die beantwortet in der ersten Millionklasse von 6.049. Aber wie gesagt, in Spül-77 immerhin noch 5 Millionen Euro. Vielleicht kommt es ja da. Erstmal die super Zahlung der Trottung. Und das ist die 1. Es gibt es natürlich nochmals Gelegenheit, vielleicht noch mal zu mitschreiben. Hier sind es nochmal ganz in Ruhe. Die Lotto-Zahlen vom heutigen Mittwoch in richtiger Reihenfolge. 2. Dann geht es gleich weiter in den 30ern. 32, 36, 38, 39, 44 und die Superzahl eben gesehen, die 1. Jetzt folgen noch die Gewinnzahlen unserer Zusatzlotterien. Die werden ja bereits im Vorfeld zur Leipzig ermittelt. Und wir starten mit dem Spiel 77. 5 Millionen Euro wert. Achtmal in Folge nicht geknackt. Also hatte keiner die gesamte Gewinnzahl. Vielleicht haben Sie sie ja heute. 0,6, 0,0, 1, 6, 8. Und noch die Gewinnzahl der Lotto-Super 6. Da gewinnt heute 8, 1, 5, 4, 5, 4. Und das war es schon wieder. Damit sind wir durch. Das war Lotto am Mittwoch. Wenn Sie heute vielleicht kein Glück hatten und Ihre Zahlen nicht dabei waren, dann nicht drauf. Und das kann auch nicht sein, denn am Samstag gibt es natürlich schon wieder die nächste Chance. Um 19.25 Uhr bin ich dann wieder für Sie da. Mit ganz frischen Lottozahlen. Versprochen. Bis dahin Ihnen allen noch eine schöne Woche. Tschüss. Machen Sie es. Lotto 6 aus 49. Spielen bei Original.